Jetzt weiß ich nicht, ob ich die alle finde. Bin mir auch nicht sicher, wo der letzte Chincho ist. Keine Ahnung, was das mit dem... So, ich muss auch noch durch den Link gucken, durchs Teleskop. So viele Sachen. Vielleicht gibt es doch mehr als 10. Wo left? What? Ich weiß nicht, ob ich das insgesamt habe. Aber auch nicht, wie viel das von... Wie viel? Das stimmt nicht. Oh. Interessant. Das ist der falsche Ort, dumm Kopf. Ähm, 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 ähm. Machen wir erstmal das. Wenn wir schon hier sind. Okay, noch zwei brauche ich. Dann war das wichtig. Habe ich jetzt die Ameise für irgendwas gebraucht? Also fehlt ihr eine Honigwarme? Oh, hier kann ich rein. Was kann ich alles machen? Oh, wow. Oh. How did you even get here? Bees can move. Not with that attitude. Anyway, want to play my game? Just shoot eggs into the croc... Croctus... Mouth. Looks interesting. Let's give it a shot. Let's give it a shot. Great shot, Kazooie. Nothing to it. The rest won't be so easy. They're hidden inside those boxes. The ones labeled TNT. Ich kann durch die Ecke gucken. What? Oh, da ist noch ein... Dingens. Oh, nur noch einen. Enden. Enden. Durch... Ich sehe durch die Kisten durch. Auch. Und verfehlt. Auch zu weit... Fuck. Ich schütze mal nach ganz hinten. Huh? Wir müssen... ... und... mit... ... und... ... mit... Es ist wirklich nichts. Oh, der ist ehrlich ist... ... und... ... mit... ... zufangen. Ich bin so da. Interessant. Ich habe 10. Jetzt kann ich das Spiel beenden. Denke ich mir. Kann ich mit den Rennstiefeln von hier draußen hier reinkommen? Kann ich mit den Rennstiefeln kommen? Kann ich mit den Rennstiefeln kommen? Oh, okay. Hey, Meska. Guten Abend. Ich glaube schon, dass es das Buch ist. Wir können da nicht durchgucken. Aber, whatever you do, don't break anything. Ja, die gibt uns Hinweise für Chiggis. Aber ich habe bisher nur ein Dings gefunden. Oh. Ups. Geekbuster. 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 Hier ist der Geekbuster. Tatsächlich noch eins. Tatsächlich noch eins. Wow. Nun, scheinbar zeigt es uns nicht, wo mein Rennstiefel ist. Hier ist irgendwas. Da muss die Couch wieso machen. Ich habe noch einen Totenkopf. Dätig. Das war Mumbo-Magic, oder? Oh, die Geschenke habe ich ganz vergessen. Wait, können ja die anderen zwei Geschenke sein. War doch schon überall. Oh boy. Ich weiß nicht mehr, wieviel das 100% ist in dem Spiel. Ich kann nicht ins Wasser fallen, das ist schwierig. Eigentlich nur der erste Sprung ist wirklich schwierig, die anderen haben dann schon mit der Decke über dem Kopf. Deswegen will ich auch nicht so lange warten. Schwierig. Warte mal, aber von dem müsste ich eigentlich, wenn ich in Dirk springe, müsste ich es eigentlich schaffen, auch ohne die andere Plattform zu benutzen. In Dirk springe war ich genug, wenn ich so schnell bin. Ja, super weit. Das ist ja nicht so lange, dass die Schuhe halten. Nein. So war das geblieben. Neun Noten. Nirgendwo sieht es so aus, als könnte ich noch... Doch, doch, ich brauche noch eine Dings. Neun Leuten könnten dort sein, wo... Ich in der Milchbar... ...eines kleinen Loch reingrabbeln kann, wenn ich noch einen Totenkopf finde. Aber ich finde ja keinen Totenkopf mehr. Warte mal, vielleicht... Kommt schon. Ich gehe im Haus da vielleicht, aber sieht auch nicht so aus, als wäre er beim Totenkopf. Ah, ein Totenkopf. Gleich im Dingens. Der Dude hat doch gemeint, ich soll ihn später nochmal suchen. Besuchen. Der Bomben-Dude. Was ist denn mit dem Laden hier? Der ist auch nicht groß viel passiert. Schrift auch bloß. Der blaue Jinjo. Ich mag Pilze. Ich weiß auch nicht, was auch zu däuten sollen. Ich habe eine große Hै. Ich habe eine große Hände. Ich möchte es nicht mehr. Ich habe zwei Hände. Ich habe eine Verkaufel-Dude. Ich habe ein Scheiß-Dude. Warum ist da auf jeden Fall noch was? Ja? Jetzt kann ich da hoch. Der letzte Mambo-Schädel. Oh, das war doch nicht. Das letzte Mambo-Schädel. Oh mein Gott, diese Nachricht ist hervorgehoben. Das ist verrückt, absolut verrückt. Ich bin gespannt, was ich jetzt werde. Aber eigentlich nichts großartig anderes. Wait. Vielleicht auch wieder eine Ameise? Nein, ich werde der Kürbis. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, little one. Ich bin gespannt. Ich kann nicht glauben, dass du da kamst. Jetzt wachst du deine Hand. Und ein Filthy-Beär. Ich will ein Leben haben. Wenn ich jetzt sterbe, ist alles umsonst gewesen. Oh, ich werde nicht mehr zu sehen. Irgendwie gehen Eingang für klein No, da sind stein Wait, what Die sind kaputt Haben wir noch energie irgendwo? Oh ja, wir haben noch genug energie Oh ja Oh ja, wir haben noch die Bienenstöcke, ich glaube hier liegt noch einer rum Oh Wieso? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht wie. Ich muss das irgendwie... Irgendwie muss ein Stein sein. Und wir haben gesagt... Aber wo soll das sein? Das vom Bomber versteckt? Das ist ein Weg in die Milchweige, umgekehrt. Aber da war doch nirgendwo ein Stein, den ich hätte weg tun können. Was? Da hinten war ein Loch, aber... Jetzt macht das keinen Sinn mehr. Hier ist ein Loch, aber da komme ich auch nicht rein. Was? Muss ich da als Kürbis reinhüpfen? Von hier unten aus? Kann ich die Sprünge überhaupt schaffen als Kürbis? Was hast du überhaupt gedacht? Was dumm ist nur, als Kürbis werde ich sicherlich wieder... Zurück verwandeln, sobald ich... Sobald ich ins Wasser komme. Ja, da steht... Da stand drauf, Stammfattacke machen. Dann habe ich eine gemacht und dann habe ich eine Honigwabe bekommen. Was seltsam ist, weil normalerweise sagt die Fee einem nicht Honigwaben, sondern... Flüsselteile. Ey, die Kamera. Ohne Witz. Oh nein. Kann doch ins Wasser. Das ist praktisch. What? Das ist ein... Triforce. Oh no. Oh no. Das ist auch nicht der Weg gewesen. Oder? Ja, hier ist noch was. Das ist ein Jiggy sogar. Aber wie komme ich da hoch? Als Banjo komme ich da auch nicht hoch. Muss noch irgendwo einen anderen Weg geben. Ohhhh. Kann das sein. Da ist ein Jump Pad. Und die guckt man natürlich nicht. Ne, da ist nichts. Wenn gar nichts. Huh. 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 Hm. Oh, noch ein Triforce. Noch ein Geschenk. Irgendwas mit dem komischen Ding da unten. Wir haben das Jiggy ja gesehen. Liegt da unten noch rum. Oh, ich glaube, ich weiß, wie ich das hier unten wegkriege. Vergesst immer, dass... Ah ja, auch Steine zerstören. Machen wir hier weiter. Nach einer kurzen Pause. Und ja. Nee, ist mir schon mal passiert, dass die Partei wieder da war. Also ich hab nichts verpasst. Ich bin von hier einfach bis nach da gelaufen und da hab ich's dann bemerkt, dass meine Bildschirme aussehen. Also, alles gut. Ich will auch... Ich wollte... Wenn's nicht Banjo-Kazooie wäre, ja? Bei jedem anderen spielte ich gesagt, okay, ich mach morgen weiter. Aber dann hätte ich den N64 durch die Nacht durchlaufen lassen müssen, weil die scheiß... manchmal spiel ich Genshin, während ich Videos rendere. Mehr war das nicht? Verdammt. Da warst du gerade abgelenkt und reingelackt. Entschuldige. Ähm, weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht, dass hier auch nichts war. Das macht irgendwie keinen Sinn, aber... was ist eigentlich mal spiel so laut. Äh. Oh, Noten. Neun Noten. Dann könnt ihr mal wieder in die Zukunft reisen. Aber ich glaube kaum, dass da was Neues ist. Wieso lauf ich eigentlich da rein? dann will ich langsam fertig machen. Das ist... vielleicht halb 10. Oh, fast. Ich hab gedacht... jetzt hab ich gedacht, ich hab das Game gecheesed und... bin als Kürbis hierher gelaufen. Ist ja irgendwo was offen. The blue ginger has a fondness for mushrooms. You could say he's a fun guy. Dude. It's not the blau, the me fehlt, right? Wo zur Hölle sind Pilze? Stehe das nicht. Oh. Ich hab da, ich hab da einen Einfall. Oh. 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 Wait, da kann ich runterfallen Was ist das denn Eis Okay Das macht was In der Vergangenheit, weil Hier komme ich ja nicht hoch Es fehlt also noch das Flugpad Ich kann nicht fliegen Wobei, ich kann Nee, fliegen kann ich nur mit dem letzten Endkampf Warte mal Schocknopf Okay Haben wir noch mal eine Chance, irgendwas zu machen Irgendwas zu reißen Und Jinjo und Neun Noten vielleicht Da drin Wäre ganz geil Äh, nee, hier gibt es Double Magic No, wait, 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 wait Wait, 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 wait Double Defense Für vier Puzzleteile Dann brauche ich ja noch sechs weitere Um, 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 um zum letzten Kampf zu kommen Wo zur Hölle sollen die denn sein Okay, Dingens, äh, ich muss noch ein Geschenk finden Wirklich nichts Das ist noch ein Dings Chinenschüsse noch Eins Und zwei Trotzdem so viele Äh, ich muss noch ein Driforz Teil finden Das auch noch Oh, ich weiß nicht, ob ich das alles mache Ich glaube nicht Ich glaube, ich hole mir noch zwei Dann versuche ich den Kampf Und Wenn ich sterbe Sag ich Screw you, Korko Hör auf mit deinem Scheiß Nicht mal Hier sind Pilze Das ist wie eine dumme Aussage Mit den Pilzen Oh, oh Ganz vergessen Kann ich jetzt da rein Hör auf mit deinem Scheiß Wer bist Das ist direkt Da ist ein Pilz drin, pass auf. Oh, den Rest kriege ich nicht, da muss ich oben rein. Das ist ein Feuermedallion. Also der Letzte. Ach ja. Wow. Schon weit. Zu kurz. Gut. Hey, der gleitet so ein bisschen. Oh, sag mir nicht, hier sind keine Dings mehr. Oh nein. Wenn wir nicht hier sehen, sind doch keine Noten mehr. Doch, da ist noch was. Ist das überhaupt was? Nee, ich kann nicht. Das ist noch eine Noten. Hilft nicht. Das zweite Teil. Ja, was ist es? Noch vier Noten. Die sind nicht hier drin. Ganz sicher spielen. Hier ist auch kein Drive-Wars. Wir sind hier. Oh. Wo ist es? 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 Oof. Das kann ich aber, glaube ich, als Kürbis nicht kriegen, oder? Der ist doch der letzte dann. Langsam komme ich an meine Grenzen, was die Sinnhaftigkeit angeht. Wir haben noch vier, noch vier Chiggies, vier Stück noch. Das heißt, die Geschenke des Triforces sind zwei. Wenn wir noch irgendwo zwei rumliegen, vielleicht doch in dem Teleskop. Nein. Der erstes Korb stört mich ein bisschen. Der Potter stört mich auch ein bisschen. Da sind mehrere Plätze hier von denen. Zum Stellen damit. Was? 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 Vielen Dank.